Hahahaha Donnie ist mir angeallt und Hör 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 Das ist so gut! Feiner! Es ist da! Das ist so gut hier bitte! Es ist so gut hier bitte! Es ist feiner! Die Zeit ist da! Ey, Dicker! Das ist nicht so gut! Unsere Typen stehen noch da! Der ist aus der Scheiß Kugel rausgefallen! Achso, ok! Aber echt, Alter! Extrem Böller! Wir wollen einfach weiter! Geil, wa? Die Arsch sind aus, ne? Das sind auch einfach weiter! Ach, nur auf Schreckschuss! Ich mein, war P1 Jungs ja, sowieso legal! Die könnten uns nix, aber die meisten denken natürlich, das sind illegale Böller! Deswegen, ähm, schon korrekt! Warte, die machen eine Kugelbombe? Dann hast du das Zeug bringt nicht! Boah! Immer diese Kugelbomben in der Street! Was ist denn das? Boah! Ey, sowas geht nur in Berlin! Die Polizei fährt die ganze Zeit hier rum und die Leute zünden erstmal Kugelbomben! Höhö,ゴah! Ho, ho! thankfully ist es die ganze Zeit hier! Achein! Den wag本当! Höhö! Höhö, du bei! Bitte wun! Scheiße, oder... Ich versuches die Laufger! H fabrics direkt in die Voréfone! Und wie ist die THERE! Entschuldigung Sie bitte, zwölf Uhr ist sie jetzt? Ja, jetzt noch nicht. Okay, vielleicht fängt ihr die, danach tanzen hier vielleicht wirklich die Bullen an, aber ist auf jeden Fall legal, 1.ag Perlas Multicolor. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Dann wird die bestimmt mächtig. Die wird mächtig, ja. Guck mal, dass du alles draufkriegst. Eskalation! Oh mein Gott, Mama! Ich muss sagen, die war absolut sexy, Alter. Hinter dir gerade noch schnell. Bitte? Ja, hier.